Schön, dich wieder hier bei uns zu sehen. Sika ist ja seit langem ein Partner bei uns hier in der Versuchsstollen Hagebach und ihr kommt ja immer wieder hierher, um zu arbeiten. Was machen ihr, wenn ihr bei uns seid? Na ja, heute zum Beispiel machen wir hier auf der Betonanlage Versuche am Frischbeton. Sonst nichts, aber das reicht. Ansonsten, hier ist eigentlich alles möglich für uns. Wir können unsere Produkte auf der Frischbetonanlage ausprobieren. Wir können sie, was wir viel machen, Applikationsübungen, sei es am Spritzbeton, sei es Bodenplatten, was immer. Das ist das, was wir hier so üblicherweise arbeiten. Was wir dann auch noch viel machen oder regelmäßig sind die internen Schulungen. Auch da ideale Umgebungen. Wir haben auch Seminarräume, die wir nutzen können. Und dann die Übungsfläche für die praktischen Arbeiten und Erfahrungen für die Teilnehmer. Und bis hin zu großen Events, Firmen-Events, so wie im vergangenen Herbst. Was macht dann der Versuchsstollen zum idealen Ort für genau alle diese Aktivitäten? Ja, für uns bleiben wir beim Versuchsstollen. Und den Versuchen ist natürlich hier die Umgebung perfekt. Wir haben die Betonanlage, wir können unsere Produkte im Beton testen. Wir haben von euch die Unterstützung im Labor. Das heißt, die Betonprüfung, Frischbetonkontrollen werden von euch gemacht. Da haben wir alles vor Ort. Wir haben reichlich Gelände hier in den 5-Kilometer-Stollen, wo wir dann unsere Betonanwendungen machen können. Sei es Bodenplatten, sei es Spritzbeton an den Wänden spritzen oder was auch immer. Und das Ganze unter realen Bedingungen und im 1-zu-1-Maßstab. Was schätzt ihr oder du mit der Zusammenarbeit mit uns und mit Hagebach? Alles. Es ist einfach die Atmosphäre. Es ist letztendlich, ich finde, last but not least, immer die Menschen. Und das ist was, wo wir hier im Hagebach uns total wohlfühlen. Abgesehen von dem, was ich vorhin schon gesagt habe, die ganze Umgebung, die man braucht für seine Versuche oder für das, was man gerade machen möchte, sind die Menschen.